Richterstraße Bodelschwing Kräutergarten Schloss Bodelschwing Am Schlosspark Bodelschwing Feuerwache Rudes Diek Zeche Westhausen Wattenscheitz Kamp Ammerbaumweg Dortmund Westerfilde Umsteigemöglichkeit zur S-Bahnlinie S2 sowie zur Stadtbahnlinie U47 Mergelkuhle Tönniesweg Erdmannstraße Brinkmannstraße Hördemannshof Karl-Schurz-Straße Schopenhauer Grundschule Walter-Schücking-Straße Dortmund-Nette-Östrich Umsteigemöglichkeit zur S-Bahnlinie S2 Dönnstraße Marschallstraße Menge der Markt Umsteigemöglichkeit zu den anderen Buslinien Erdmannstraße 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 Erdmannstraße